Wir sehen, weil der Staub so stark ist, dass die Zeitnehmung ausgelöst wird. Also wir müssen jetzt etwas unternehmen. Damit kommt jetzt der Chef von Stadtbauer und Girsten. Und ich bin mit der Oberfassung auf den Fluch eingefasst. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut unterwegs. 34.10 Uhr. Die Zeit im Hinterriff Nummer 2. Die Zeit im Hinterriff Nummer 2.